Konnichiwa, Bitches! Zurück bei Bully. Wo ich beim letzten Mal kläglich versagt habe, weil ich einfach kein ordentlicher Dirt bin. Der ist ja... Ja, komm, leave me alone jetzt. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe nicht zum Treffpunkt der Streber zurück, weil die Streber scheiße sind. Und das darf ich jetzt nicht nochmal machen? Doch. Na schau, dann ist ja alles gut. Oh, da drin ist die Zeit stehen geblieben. Na klar. Ich sage jetzt nicht, da kommt gleich der Nix an. Was will der? Ja, finde den Hund und bring ihn zurück. Das will ich doch anlegen. Toll, der ist ja markiert. Ähm, wie genau soll ich da hinkommen? Ähm, ernsthaft? Wie soll ich da hinkommen? Alter, das Fahrrad ist Hammer. Das muss ich mir merken. Ich habe Dreck auf meiner Brille. Ich gehe einfach mal hier so hinten ran. Vielleicht gibt es irgendwie eine Leiter, dass ich vom Dach runterspringen kann oder so. Ach, da ist der Hund. Guck mal. Hier. Ja, komm. Und folg dir. Soll er mir mal schneller folgen? Noch keine Zeit. Er bleibt dann einfach mitten auf der Straße stehen und wartet, bis ich ihm seinen Köter bringe. Das ist ja der Hammer. Ja, ist ja gut. Oh shit. Das meinte ich. Das wollte ich nicht. Äh, ich wollte das Fahrrad von da vorne haben. Wobei ich auch nicht mehr genau weiß, wo das überhaupt... Wo war das denn genau? Das war hier. Vor der Bank. Das sieht voll cool aus. So ein ähnliches hatte ich mal. So ein Bonanza-Rad. Aua. Okay, das Ding fährt sich genauso beschissen wie das, was ich damals hatte. Dann bin ich ja beruhigt. Okay. Mache ich jetzt halt eine ordentliche Aufgabe. Ich bin ja beruhigt. Warte mal, wo bin ich? Da gibt es einen anderen Friseur, Barbier, was auch immer. Ich würde gerne nochmal bei dem reingucken. Hier. Oh Gott, meine Nörche. Oh! Ich glaube, hier könnten wir schon eher fündig werden. Gibt es hier auch Klamotten? Hammer! Erstmal Haare gucken. Ich bin ein Star. Äh. Spike. Oh! Blitz. Hm. Ja, aber irgendwie passt das zu ihm, ne? Ihre Käse-Schnitt. Oh, nee. Spikes. Stufenschnitt. Hm. Nee, irgendwie ist das... Was hatten wir? Das hier. Ja, das passt zu ihm, finde ich. Schwarz, mittelbraun, hellbraun, blond. Naja, braucht schon mindestens so ein mittelblond. So. Passt. Kleidung kaufen. Jetzt geht's los. Ah, hinter uns liegt eine Karte. Auch schön. Was haben wir denn da? Das ist alles irgendwie kacka. Aber so ein Armee-Cap passt irgendwie zu ihm. Das nehmen wir mal mit. Das da. Wir brauchen was für den Winter. Ähm. Ja, das ist... Voll alternativ. Ein weißes T-Shirt. Unterhemd. Nee. Langes Shirt. Metal Shirt. Oh, yeah. Ist gekauft. Ah. Hey, das ist cool. Gebraucht ist auch cool. Punker Hoodie. Oh, ja. Das passt. Armee-Pulie. Armee-Pulie. Das sind schon irgendwie gar nicht so geile Sachen, wie ich dachte. Boah. Boah. So ein Parker braucht er. Wald-Tard-Jacke. Oh Gott. Beine. Ja. 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 Keine Ahnung. Passt erstmal. Bevor ich jetzt... Wieso lässt er das denn jetzt auf einmal an? Das wollte ich doch gar nicht. Ich hab hier nur die Lederjacke gekauft. Ich hab hier nur die Lederjacke gekauft. Mann. Sieht total behindert aus jetzt so. Naja. Naja. Gibt noch ein Gummiband rum oder so? Eh. Dann geh ich wieder. Jo. Was hast du schon gesagt? Wo ist denn die Olle? Ist die arg weit weg? Ja ist schon ein ordentliches Stück. Nehme ich mein Fahrrad. Oh guck mal. Da ist der Polizei. Lol. Hallo? Foto? Alter. Hallo? Verpiss dich. Das ist mein Fahrrad. Oh ja. Ich glaub ich seh nicht richtig. Schnell bevor die wieder meine Karre klauen, wollte ich schon sagen. Mein Fahrrad halt. Soll man zwar... Doch. Kann man machen. Oh oh. Oh oh. Schneebälle. Das hab ich im Winter immer gehasst ey, wenn auf dem Schulhof die ganzen Bälle flogen. Schneebälle flogen. Hey, 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 kid. You got a line? No. Okay. Okay, then you want to sit on my knee? You want to kick in the balls? I'm sorry. Get it. I'm just a little down on my luck. I mean, one year, I'm living in Greenland with a bossy of elves and some talking reindeer. And the next, I'm getting treated like a drunken fool, thrown out of the North Pole and put to work in a dump of a town like this. Okay, man, now you're kind of creeping me out. Why, why, why does everyone say that to me? Whoa, I can't imagine. I mean, the other kids was just abusing me. Calling me a pervert, throwing snowballs at me. You're just like them, little red-haired bully. Hold on, which kids? Those ones over there. The tough kids, damn it. Got the rich kids from the fancy schools like you. The Molly caught a little lovey's boys like you. Yeah, that's me. They keep attacking me, man. I can't take it no more. What happens in the old days? I miss Prancer. Oh, what? He was always my favorite, not Rudolph. No. He was prima dana. Oh. I'm falling apart here. Hey, listen, man. Where are these kids? Over there somewhere. Super Angabe. Oof. Klettere die Leute in Hoffnung. Blablabla. 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 Okay. Those punks scooped my cheese cup and ran away. Time for some payback. Not bad. But I ain't gonna see some tears. Meh. Hug it. Go ahead. Keep it up. You got him. That's a tough mind. Turn him. Yeah. Ugh. Né. Woo-hoo-hoo! Get it, you little bastard! You got him! I can't move on the storm's back. Hello? Whoa! Hello? Ähm, ich kann nichts mehr machen. Ich kann rumschlittern. Aber ich kann nichts mehr tun. Komm hier nicht mehr weg. Ich hab mich irgendwie vom Dach runtergegletscht und jetzt... Ah, dieses Spiel. Es ist keine gute Zeit gerade. Klettern. Ich kann auch nichts mehr werfen. Ich kann nichts tun. Ich kann jetzt einfach nur hier so rumschlittern, bis die Zeit rum ist. Ach, Mann. Das war's für mich immer scheiße. Warte, ich bin mal ganz kurz weg, solange das hier nicht weitergeht, weil... Macht ja keinen Sinn. Bäh! Nail that little fuke over there! Ja, ja, bra moment. Nail that little fuke over there! See you around, kiddo. I'll see you around. 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 Und schon wieder da ab. Keine Sorge. Moment. So. Hm. Komm mir doch in Ruhe. Ähm. Ja, wir müssen es noch mal machen, ne? Warum? Der war doch vorher... Ich verstehe es nicht. Ich würde sagen, aber wir fahren jetzt direkt zur Schule zurück, weil der Hofpenner da uns ja noch was zeigen kann. Da war noch so ein Transistor-Ding. Oh, was für ein... Ich habe gerade herausgefunden, dass es so voll die gute Idee ist. Ich habe leider nur Lust für mich das da. Man merkt auch gar nicht, dass meine Konzentration vor dem Flücken geht, oder? Nein. Geh weg. Es war irgendwie dieses dumme Spiel bei den Nerds. Das hat mir irgendwie so den Rest gegeben. Seitdem kriege ich nichts mehr hin. Seitdem kriegt auch das Spiel nichts mehr hin. Das ist ja das Schlimme. Nee. Gut, dass du mich nicht vergessen hast. Na. Niemals. Mhm. Okay, hatten wir die nicht schon mal? Achso, nee, hatten wir nicht. Das ist aber auch die letzte dann. So, huch. Moment. Der schnittert sogar auf dem Boden. Ein Stück weit. Seht ihr das? So jetzt kleines? Ganz bisschen. Ja. Ich könnte jetzt eigentlich schlafen gehen. Genau. So mache ich das. Gehe jetzt in mein Zimmer. Ziehe mich da nochmal um. Und dann mache ich echt mal Schluss für heute, weil das ist schon 0 Uhr 1. Also ist jetzt quasi schon morgen. Um... Um... Ich mag den halt irgendwie einfach am liebsten. Und dazu passt dann auch der Rest wieder. Ich wollte den Lila Erke ja nur haben. Um das Habens wehen. Und wir müssen noch ein paar mehr Weiber irgendwie klar machen. Was ist denn hier los? Naja. Leute. Ich lege mich dann schlafen. Das kriegt ihr noch mit. Zumindest zum Stück. Und dann mache ich jetzt mal hier den Part vorbei. Ich weiß. Das sind fast 10 Minuten weniger als sonst. Weil ich es sonst immer total verplane. Dann gehe ich jetzt hier noch speichern. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder zu. Und lasst mir bis dahin irgendwie Bewertungen und Kommentare etc. pp. da. Wir sind übrigens schon. Das kann ich nochmal kurz zeigen. Wir sind schon bei 24%. Alter. Das ist schon eine Menge. Aber was ich wahrscheinlich nie hinkriegen werde. Ist dieses dumme Sumo-Spiel. Also. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich mache jetzt Pause. Ihr auch. Ihr könnt. Geht mal weg vom Computer. Oder falls ihr unterwegs guckt. Guckt mal nach oben. Richtet euch mal auf. Guckt mal aus dem Fenster. Geht mal auch raus. Ne. Alles. Bis dann. Beim nächsten Mal. Wir singen. Bully und so. Ne. Ah. 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 Tüh. Vielen Dank.